kaputt krieg besonders solche dinge jetzt mag ich ja besonders komm geht doch bitte kaputt man tschüss jessica komm na oder ab ist nicht wahr ich hätte jetzt die wiedergeburt 15 und noch ein ding ich kann es nicht mal aufklären wie ich hier noch heil hochkommen soll da kommen jetzt drei von den dingern ja toll ich krieg nen anfall ich krieg nen anfall da konzentriert dich mal schön helfen ja nur flächenangriffe kostet mir so viel mana komm wir probieren es weiter was anderes können wir nicht machen wir können nur gibt gummi machen die witz gar der kapitän geht doch endlich kaputt einer schon mal down bitte du jetzt auch danke jetzt geht die mana weg jetzt kommt drei von den dingern ist gar nicht geil ich muss jetzt alles reinhauen was ich nur am mana raushauen kann wenn es da keine quelle gibt dann habe ich verloren muss gucken wie ich da auch komme es gibt so ein dreh durch mich was okay das ist ja noch nicht okay besiegt ja erstmal die beiden hier klar ja kann ich nur den hier noch machen das ende gelände ende gelände ja die nächsten gehen wir werden schwer blöden weicheier Oh, komm schon Warte mal Magie-Teil mit Flash Hab ich irgendwas, was hier null Mana kostet? Da, hier kann ich mir noch ein bisschen rausziehen Ach, ruft Unterstützung bei, du blöder Fixer Oh, Mann, ey Aua Das kann ich nicht, wie ich mich gleich heilen soll Hm, so Ach, nicht genug Mana Problem auch gelöst Ja, konzentrier dich bis wir so gleich platt, hoffe ich mal Aua Okay, der ist schon mal down Aua Ah, Mann Was wieder ein Rutsches So, so, so Oh, da bin ich als Mikro gekommen Das wollte ich nicht Dieser grauen Graukampf hier Ach, konnein Komm, erstmal alles auf den ersten Das könnte ich mal ein bisschen hier was reinkriegen So, wenn ich mal ein bisschen hier was reinkriegen Ja, das klappt immer Oh, das tut weh Das tut bald allem weh Ich kann bald ihm heilen Versuche jetzt schon den Mana mal hier reinzuholen Damit er Damit er Später heilen kann So Ah, nee Da kann er euch das machen Jessica kann Diese Weckenschüsse Kürbelauf Irgendwo unten Okay Bist schon jetzt tot, ne? Da, 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 da Wackel, 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 wackel Fangen wir hinten an Ah, ja Gut, wenn das nur auf einen geht Dann machen wir das erst hier Und fangen wir in dem hinteren an Weil der hinteren kriegt dann wenigstens Schaden durch den Kreisfeger Ja, da, drei, sieh noch Aua Ich muss jetzt Multi heilen Da kann ich machen, was du willst Ich muss Multi heilen Äh Nee, fahren wir gleich bei dem an Zuck Zauber, Multi Heilung Egal was ist, Multi Heilung Multi, Multi, Multi Heilung Okay Okay Ah, der hat null, weil er Die Schade von hat Ist eingeschlafen, ja sicher Aua Äh, warte mal Das kann eigentlich den Zauber auf Flash machen Und wir kümmern uns mal mit denen hier Danke Ach shit Hat so eine Flash heilen können Äh Warte mal, kann ich den hier benutzen? Ist natürlich klar, dass hier nichts passiert Es geht hoch, es geht hoch, es geht hoch Da wollte ich mich rollen Ich kann doch nicht in den Kampf gehen, wo ich nichts habe Irgendwas im Beutel Lebenspunkte benutzen Hier brauche ich mindestens 30, da brauche ich mindestens 30 Alter Schwede Transfer Okay, ich gebe die erstens ein bisschen mehr Benutzen Abwehr Transfer Ja, ja Ja, ja Vorhin hat nur Ich brauche noch irgendwo Na gut, ich kann meine Reinerieren Wo ist dort Hm Ich brauche noch Ich brauche noch Ich brauche noch Ich brauche noch